So Leute, willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Master Duel. Wir gehen in den Shop, weil ich habe gesehen, es gibt hier ein bisschen was. Es gibt hier neues Zubehör, das ich vielleicht sogar haben will. Neue Begleiterbasis, die ich nicht haben will. Nein, wenn wollte ich ein Spielfeld haben. Dass das hier immer so zwischendrin lädt, als wäre das ein Handy-Spiel. Ich weiß, das ist auch teilweise ein Handy-Spiel, aber ich benutze es auf PC. Und es geht wieder los. Die bohren schon den ganzen Tag, die haben mich heute schon mit Ohren geweckt. Also die Geister-Trick-Villa, die werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Tut mir leid, ich weiß, es ist Geldverschwendung, aber ich will es haben. Und das da, finde ich, sieht auch ganz cool aus, nehmen wir auch mit. So. Warum werden die eigentlich... Achso, das sind jetzt die anderen. Okay. Wir haben die Kohle dafür. Es gibt hier ein Duelist-Pack, weil wir da beim letzten Mal die Idee, das Event gewonnen haben. Und wir gucken mal, ob was Cooles drin ist. Also wie gesagt, die bohren bei mir schon den ganzen Tag. Wenn man das jetzt bei mir im Hintergrund im Mikro hört, tut es mir leid. Ich werde vielleicht heute den Part ein bisschen kürzer halten heute, aber es geht schon den ganzen Tag so. Und das bohrt nicht nur in die Wand, das bohrt auch langsam an meinen Nerven. Bei Kyure des Magiers, die war für irgendwas gut. Ich weiß bloß nicht mehr für was. Ah, damit man nichts mehr anderes angreifen kann. Okay. Und hier bei Spezial gibt es das Jubiläums-Pack. Das dürfen wir einmal ziehen. Ach, jetzt darf ich mir was aussuchen. Nehmen wir mal das da. Kaufen mal. Das haben wir getroffen. Das Ding. Da haben wir ein paar blauäugige Monster gekriegt. Die habe ich aber weitestgehend schon. Und ein Spezial-Ultra-Rare-Pack. Vielleicht ist da ja was mega-cooles drin, was wir noch nicht haben. Die Bingo-Maschine. Die haben wir zwar schon, aber die nehmen wir auch gerne nochmal. So, ich darf ja jetzt noch eins nehmen. Nehmen wir das da. Okay, da sind wir jetzt bei Galaxie-Augen-Photon-Drache. Da war jetzt nichts so Besonderes dabei. Aber wir kriegen ja immer eine UR-Karte mit dazu. Vielleicht ist die ja besonderer. Galaxie-Augen-Sonnen-Eruptions-Drache. Okay, den kennen wir noch nicht. Was kann der denn? Zwei Licht-Monster, darunter ein Monster mit 2000 ADK oder mehr. Falls diese Karte als Link-Beschworen beschworen wird, du kannst ein Photon- oder Galaxie-Augen-Monster oder Galaxie-Monster in deinem Friedhof wählen. Bügst deine Hand hinzu. Während der Main-Phase deines Gegners, Schnelleffekt, du kannst eine Photon-Karte und eine Galaxie-Karte abwerfen oder ein Galaxie-Augen-Photon-Drache abwerfen. Und dann einen als Spezialbeschworen-Beschworenes Monster wählen, das dein Gegner kontrolliert und es zerstören. Kann man nur einmal benutzen. Okay. Ist eine ganz coole Ergänzung. Nehmen wir noch das da. Da kriegen wir noch einen Sternenstaub. So, heute ist geboren. Das sport echt meine Nerven gerade kaputt. Weil ich muss heute eigentlich noch so viel arbeiten. Oh, stimmt. Das ist für ein Synchro-Monster, ne? Trug dir deine Hand einen Synchron-Monster von deinem Deck hinzu. Kollege, die oberste Karte ist sechs auf dem Friedhof. Ja, ist in Ordnung. Weil das Problem ist, wie gesagt, ich wurde heute Morgen schon durchs Bohren wach und ich habe ja eh noch so Probleme. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Kosmischer Blasar-Drache. Ein Empfänger-Monster ist ein Empfänger-Synchro-Monster plus zwei Nicht-Empfänger-Monster. Muss als Synchro-Beschworen beschworen werden. Also Synchro-Beschwörung beschworen werden. Im Endeffekt, du könntest eine Karte bis zur Endphase verbanden, um dann einen der Effekte zu aktivieren. Wenn dein Gegner eine Karte oder einen Effekt aktiviert, annulliere die Aktivierung, falls das zu zerstöre die Karte. Wenn dein Gegner ein oder mehr Monster beschwören würde, annulliere die Beschwörung, falls das zu zerstöre die Monster. Wenn dein Gegner einen Angriff deklariert, annulliere den Angriff und beende die Battle-Phase. Ist schon cool. Aber das Vier aufs Feld zu kriegen ist halt immer das Problem. Weil da braucht man halt wirklich so Synchro-Monster wie das hier, das halt Synchron und Empfänger ist. Und das Problem ist, da braucht man hier noch zwei Nicht-Empfänger-Monster. Gut, man muss auch auf Stufe 12 kommen, aber trotzdem. Das ist schon nicht gerade wenig. Nee, Duell-Pass-Gold wollen wir eigentlich nicht. Hier gibt es noch ein Bundle, das wir kaufen können. Für so Bundles bin ich ja eigentlich immer zu haben. Nee, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Bei mir ist das Problem jetzt nach der Zeitumstellung, ich kann mich nicht wirklich auf die neue Zeit einstellen. Ist eine Nummerenkarte. Das ist ja dieses dieses Nummeron-Deck, was so gerne Leute spielen, was total zum Kotzen ist. Vulcan Draghi, der kosmische, der kubische König. Weil die Viecher werden halt immer stärker und es gibt da irgendwie eine Kombo, bei der man vier oder drei von den Viechern gleich rausholt und die verdoppeln jedes Mal die ATK, wenn sie angreifen. Und dann hat er halt das letzte Vieh, was angreift, irgendwie 8000 Angriffspunkte, greift dich direkt an, du bist tot. Wo du auch denkst, danke, bis zum nächsten Mal. Okay, Artemis, die Mondmite gehört gleich zu zwei Geheim-Packs. Ein Aufziehkerzchen. Da sind wieder Karten dabei, die man wieder zerlegen kann, das sehe ich schon. Vampir-Fasziniererinnen. Da sind auf jeden Fall Untertaktungsübernehmer. Okay. Ja, da ist auf jeden Fall viel dabei, was ich so gar nicht auf dem Schirm habe. Wunderbarer Wolf. Da komme ich mir auch mal nicht mal vor. Ne, Zeitumstellung, ich weiß nicht. Mich hat die hart getroffen, weil ich habe halt so einen festen Schlafrhythmus. Ich bin so ein Gewohnheitstierchen und ich brauche dann immer ewig. so wirklich ewig um mich. Es wird immer lauter, dieses Gebore. Ich hoffe, mein Mikro blendet das weitestgehend aus, weil ich weiß, mein Mikro kann sowas unheimlich gut ausblenden. Oh, Chaos C92. Heart of Chaos, Drache. Vier Monster der Stufe 10. Das kann ich vergessen. Einfach spielst du, kannst ein Monster von dieser Karte abhängen, annulliere bis zum Ende des Spielzugs. Effekte aller offenen Karten, die dein Gegner kontrolliert. Das ist heftig. Und der Effekt kann nicht annulliert werden. neun Sachen. Da waren wahrscheinlich ein paar doppelt. Ja, und Nibiru kriegen wir auch. Okay, die müssen wir uns gleich mal alle angucken. Wo ist das, die wir da gekriegt haben? Oh, ich kann mir hier noch Deckplätze kaufen. Oh ja. Tut mir leid, aber die will ich. Weil ich musste früher schon mal Decks löschen. Weil ich ja unheimlich gerne Decks baue. und deswegen die mussten jetzt sein. Alle. So, zeig ich mal her. Also, Sternenstaub, Lied von C4 und Blütenblättern. Was sind da so drin? Musikalische Maestra. Okay. Und Windhexe, Diamantglocke. Aha. Musikalische Tor, Blütendiever. Hm. Freunde aus dem Wald. Capiponica. Missungor des Waldes. Soll ich mir helfen? Die finde ich irgendwie lustig. Die sehen süß aus. Falle von Oh, das sind diese Fallenstellerinnen-Karten. Die hasse ich. Was sagt ihr denn? Sylvanische Schlichter. Okay, Sylvanisch-Monster und Sonnenranken-Drescher. Also, hier sind Pflanzenmonster drin. Wäre vielleicht auch mal was anderes. Hier sind diese mythischen Ungeheuer. Und mächtige Magier. Alles klar. Was haben wir hier? Ach, hier sind die Christron drin. Okay. Und Zodiac. Verstehe. Hier sind wahrscheinlich die Magiebuchkarten drin. Kleiderschrank Magie ist das Hexe. Okay. Ach, hier sind Hex-Wehr-Karten drin. Okay. Drachenglanz. Da haben wir sowas wie den Chaos-Drachen und den Sterndrachen in Sternklarer Nacht. Okay. Ziemlich Herr Drachen Herr Fellrand. Wäre vielleicht auch eine Idee. Und hier sind die Bittermaler und sowas drin. Ja. Okay. Haben wir eh nicht die Kohle für. Ist in Ordnung. Gilt das Event noch? Das ist die Frage. Gilt das noch? Kann man da noch dran teilnehmen? Nee, kann man nicht mehr. Ist schon wieder vorbei. Habe ich schon wieder verpasst. Schade. Aber dann gehen wir in den Solo-Modus. Dann wäre auch noch ein bisschen was zu erledigen. Neue Tor-Optionen. Ich bin noch nicht mal mit den Alten durch. Ja, hier, die Legende vom Sternenhelden hat wieder was dazu bekommen. Die machen wir dann aber auch weiter. Aber jetzt will ich erstmal Geister-Trick abschließen. Wir waren hier gerade bei dem Duell mit dem Leideck und das wollen wir natürlich auch durchziehen. Wie gesagt, ich bin noch am überlegen und ob ich heute den Part ein bisschen kürzer mache. Einfach wegen dem ganzen Gebore und wie gesagt auch ein bisschen Kopfschmerzen davon haben. Geister-Trick-Monster als Spezialstimmung von deiner Hand oder deinem Friedhof. Dann kannst du ein verdecktes Geister-Trick-Monster wählen, das du kontrollierst und in die offene Angriffsposition ändern. Das würde ich gerne tun. Weil das erlaubt uns natürlich jetzt sofort auf Geister-Trick-Alu-Kart hochzugehen. Was konnte der noch machen? Du kannst ein Exister-Material abhängen und dann einige Sätze Karte wählen, die ein Gegner kontrolliert und sie zerstören. Machen wir. Das brauchen wir gerade noch nicht. Okay, damit hat er jetzt gekontert. Konnte ich nicht irgendwas von meinem Friedhof entfernen? Ah, damit kann ich nochmal was anhängen als Material. Au. Ich darf aber geistige Alu-Kart auf dem Friedhof wählen und darf mir den hier zurückholen. Aber leider nur auf die Hand. Das verdeckt halt alle Karten jetzt wieder. Noch nicht. Blöd, der halt sich immer Materialien anhängen kann. Das macht es für uns nicht unbedingt leichter. Vor allen Dingen, weil er zwei von denen hat. ist auch zu bohren. Ich bin glücklich. Ich aktivieren den Effekt. Damit können wir ihn hier gerade mal aufstecken. Ach, hätte ich ihn nicht ändern können? Schau mal ihn hier. Vielleicht hilft was. blöd, dass das Tier auch 2500 Verteidigungspunkte hat. viel zu viel. Kann sie jetzt theoretisch auch rufen. Es gibt uns zumindest mal einen Moment Verteidigung. Geister trägt Karussell. Finde ich eigentlich ganz cool. Nehmen wir uns. Also der Vorteil ist, dass er sich durch sein Deck durch frisst. Das ist wirklich das Einzige, was daran gut ist, was er tut. Okay, Eisenschott-Vogelscheuche ist auch nicht schlecht. Füge wieder eine Hand eine Karte aus deinem Deck hinzu. Erstmal legen wir uns wieder das Geistertrick Museum an. Und dann holen wir uns jetzt noch eine Karte. Da legen wir das Monster ab. Ist mir nicht wurscht. hier Der hat halt den Effekt, dass ich die Grund-ATK aller Monster kombiniere. Was halt sehr mächtig ist. Weil wenn ich alle Monster ATK kombiniere, kann ich die Viecher da kaputt machen. Hier hat ich keines Monsters. Ja, natürlich. So. 7000 Angriffspunkte. Das ist eine Hausnummer. Stimmt, der kriegt ja auch seine ATK mit dazu. Also die von unserem Gegner meine ich ihn meine ich mit seiner. Er hat dumm gelaufen, ne? Daran habe ich überhaupt nicht gedacht, dass das hier auch so funktioniert. der greift uns an. Warum? Ah, weil er uns damit verdeckt. Ja, dann machen wir aber das Geistertrick Karussell. Fehlen ein Monster in verdeckter Verteidigungsposition. Das wird aufgedeckt. Und damit dürfen wir jetzt ein anderes Pferdecken. Pferdecken. Jetzt rufen wir uns unseren Kriegswolf. Den Ghoul. Den Ghoul aktivieren wir. Komm, kriegt der Kriegswolf alles. Und der Kriegswolf, der kloppt jetzt mal hier das eine Vieh kaputt. Da hat uns der Ghoul wirklich das Leben gerettet. So, letztes. Kombo aus Geistertrickmonstern und Wahrsagerprinzessinnen ist sehr stark. Insbesondere gilt, falls mehrere Monster gibt, die durch den Effekt von Geistertrickfee in die verdeckte Verteidigungsposition gebracht wurden, werden diese Monster in der Endphase durch den Effekt von Wahrsagerin Wahrsagerprinzessin als Brumigan zerstört, außerdem wird Schaden zugefügt. Nimm dich von Monstern als Gegner in acht in verdeckter Verteidigungsposition und in acht und nutze den Effekt von Untergangskön dich bald drauf, um sie zu verbanden, bevor sie aufgedeckt werden. Okay, sind wir gespannt. So, ich war gerade ein bisschen abgelenkt, ich habe gerade eine Antwort gekriegt zu unserer Dokumentation, die wir abgeben müssen. ein Prozug, du kannst die, wenn du Schaden erhältst, du kannst diese Karte abwerfen, haben wir aber nicht. Du kannst deiner Hand eine geistige Zauber-der-Fallen-Karte hinzufügen, finde ich gut. jetzt beschwört er sich auch so ein Stein. Ich habe kein geistrig Karussell. Solange sich geistrig Monster auf deinem Spielfeld befindet, kann ein Geistrig-Monster als Flip-Beschwörung beschwören. wenn diese Karte die dir gehört durch ein Okay, das ist aber nicht schlecht. Flip-Beschwörung verhindern ist nicht schlecht. Dann gehen wir in die Main-Phase, wir müssen die Karte halt früh aktivieren, dass er das nicht tun kann. Und Stein lassen wir genau da, wo er jetzt ist. Necrowelt Banshee Okay, und was kannst du Heeler Gen-Rider Boss des Untergangs Du kannst nur ein Heeler Generator Boss das Untergangskontrollieren Schnelleffekt Du kannst ein Generator Monster oder ein Zombie Monster als Gebot anbieten und dann ein Generator oder ein Zombie Monster mit unterschiedlichem Namen als der als Gebot angebieten und am Spielfeld wählen äh ja in deinem Friedhof wählen beschwere einem Spezialbestimmung in die Verteidigungsposition Okay, wollen wir nicht. Wollen das da. Eigentlich will ich das ja auch Weil er kann ja jetzt dadurch dass er keine Flip Beschwörungen machen kann haben wir ihn ja jetzt in einer doofen Situation Also viele von denen legen wie er will Nehmen wir uns noch eine Parade einfach weil er es können ist für ihn halt ungünstig weil wir brauchen nur ein Geistertrick Monster um den Effekt auszulösen und wir können jetzt die ganze Zeit angreifen und das werden wir auch tun Was könnte ich da eigentlich beschwören ich könnte Link Beschwörungen machen Bist du ein Empfänger ne Ich will keine Zombie Welt aktivieren Brauch keine Zombie Welt Ich bin glücklich so wie es ist Ja Baller dein Feld besetzt ich Depp 900 Schaden die ich jetzt verschenkt hab Buch des Lebens verbucht Lebens habe ich Respekt weil man damit Zombies wiederholen kann wovon wir ja ein bisschen was haben ich habe auch ein bisschen Angst gehabt dass er jetzt irgendwas hat das seine Monster also seinen Monstern erlaubt wieder zurück in die aktive Angriffsposition also offene Angriffsposition zurückzukehren aber da sein Feld ja also ich weiß nicht was für eine Kombo uns das beibringen sollte aber es hat nicht funktioniert es hat uns das leider nicht glaubhaft beigebracht und jetzt ist der Part doch recht lang geworden ich mache das ganze offscreen noch mal komplett auf fertig auf abgeschlossen ihr lasst mir das kommentar da einen daumen nach oben und ich würde mich freuen wenn wir uns auch das nächste mal wieder sehen wenn es weiter geht mit Yu-Gi-Oh Master Duell bis zum nächsten mal euer wolf